So, neue Skins, neues Paket, Becky Lynch und Bianca B, was weiß ich, B, Leia, äh, okay, gucken wir nochmal nach, äh, Wrestling Skins anscheinend, hm, okay, jetzt sind wir das, oh Gott, also, keine Ahnung, was soll das heißen, Wodde Gassen, der ist richtig sauer, Wodde Gassen, der ist richtig sauer, Ist das Ring, for the Mitch, Ist das W-W-W-Schild, und W-W-W-Klinge, oh, wie sieht die denn aus, sieht die immer nice aus, Und die? Weiß nicht, also die, hm, nicht unbedingt, die krasseste. das kind sagt mir gar nichts vielleicht so noch ein jacke das ist das schild und das ist ja das haben also was hat mir das schon mal mit fanjubel zwei neue skins paket würde ich schon eher nur sagen rote ritterin bekommt jeder mensch mal einen stil Ich stau mal her und schau uns die Kuren nacken. Fokus vergeht. Ich wünsche es gibt noch mehrere davon. Ach doch nicht ausrüsten mann! Ich dachte das wäre jetzt reaktiv. Andere Auftragte. So random, Alter. Der veteran Sloan, also Dr. Sloan auch nochmal dran. Ja, okay bei Dr. Sloan macht es schon Sinn, weil ihre Story jetzt uns für Season 4 vorbereitet. Macht es Sinn, dass man die nochmal reinbringt. Das Messer ist da dran. Okay, das könnte man als BGX mal reinbringen. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch. Vor allem wie ein Champion ist noch dran. Faktionsmatch war. Okay. Flexfit Jones hier. Also hier ist der Stil nur, dass es hier angebissen ist. Weiß nicht. Das ist bei der Kau. Schusslinien. Oh mein Gott. Heimatbasis. Ne Heimatbots. 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 ねぇają. Häimatbots. So will ich jetzt gleich... Heimatbots... So er ist ein Handous-Paket... Ah... Da, die haben das geändert, mit dem Sit-Stil, verfügbar bis zum 29. August, das ist aber ganz schön lang noch. Zum Schissen, Leute, der 17. Oh, das nächste Woche, Dienstag noch dran, das ist noch lang. Ich muss dich mir eigentlich auch holen, aber wie geht's geht eigentlich, ist mich wisslich. Die Tsukai ist noch drin, oh, was ist denn alles drin? Da sehe ich eine ganz schön große Spalte. Ah, die Ikonen. Ja, die Superhelden noch drin. Dann zwei neue Skins, also als Paket. Zwei Pickaxe und ein Emote. Anscheinend hat die hier noch ihre Pickaxe drin, okay. Soh, Fahrrad. Musik Musik